Tag, herzlich willkommen zurück zu oder grüße Teilchen 30 her und zwar ist das die vorletzte Mod, kann man Mod sagen, ja Vorstellung, die man, äh, die ich zeige und zwar der Drop Tower 125 und, äh, die CSO kann ich euch leider nicht zeigen weil eben beim Probieren, äh, ne, das geht nicht und ich sehe, dass das ganz schön, ja doch, das geht okay, äh, beim Probieren halt, äh, beim CSO ist das Spiel einfach abgekackt ja, einfach so, halt gedacht ne, lade ich nicht, mach das beim anderen Spiel ich bin überfordert so ungefähr nach der Art, so Jutti, dann steigen wir mal ein Probefahrt, äh mal sehen, ob die 5, äh, Meter sich bemerkbar machen kannst du losgehen ja, los hallo hallo ja äh deswegen ja das ewige Warten auf, äh ich wie nennt man die Dinger denn äh schreib's mal unten eine Kammer Tau ja, 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 ja 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 sehr schön mhm jetzt können wir einschleien juhu allgemein spielen naja gut ich komm wie alt ist das? 13 40 jahre wo de go gegänt ja, dieser Ausweg what 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 dola 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 okay muss keine Angst haben wir fallen gar nicht runter okay let's go go es war das spektakulär ey sowas gibt's nur hier ey relevant dann würde ich sagen natürlich ich freu mich über den Dislike und bis denne